guten morgen es ist halb sieben habe ich zusammengepackt trotz mafioso könnte ich ein paar stunden schlafen der himmel schaut so hellblau aus aber ob das sinn macht noch mal zum turm gehen und ein paar fotos zu schießen ich trinke mal mein cappuccino ich habe mich entschieden doch zum turm gehen jetzt habe ich zwei navi und jeder von denen sagt was warte kauf mal ein paar malen warte hier das ist warte 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ist mir langweilig und ich muss was machen. Ich werde dann umgekehrt fahren. 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 Als ich eine Woche hier in Rom war, darfst du gar nicht sagen, dass du Rom gesehen hast. Jede Wand, jedes Gebäude und jede Statur ist unendlich schön. Das wollte ich nur einfach gesagt haben. Ich habe einen Regenschirm dabei gehabt und ich habe einen Pancho dabei gehabt. Ich habe nur einfach dabei gehabt. Jetzt habe ich nicht dabei. Jetzt ist es einfach im Hostel. Ich wollte nackt in dem Pool schwimmen gehen, aber der Officer dort drüben hat gesagt, wir nehmen dich mit. Ich bin runtergekehrt. Ich bin runtergekehrt. Ich bin runtergekehrt. Ich bin runtergekehrt. Ich bin runtergekehrt.